So, moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Reiseetappe hier in New World. Ja, ich habe gerade gesehen, mein Camp ist natürlich wieder am Arsch. Wir werden uns jetzt mal eben schnell da rüber begeben, um ein neues Zeltlager aufzubauen. Gucken, ob ich hier irgendwie gefahrlos runtergeglippt komme. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ähm, genau, wir bauen uns mal schnell ein neues Zeltlager hier auf. Am besten ohne, dass uns irgendeins von diesen Viechern sieht und nervt. Vor allem dieser eine hier mit seinem Pfeil und Bogen. Der Typ da hinten, der geht mir nämlich ziemlich quer. Mal gucken, ob wir hier einfach durchs Wasser gehen können. Na, ist natürlich gerade ein bisschen schlecht hier. Weil wir keine Luft kriegen. Aber noch haben wir ein bisschen was an Luft über. Wir kommen jetzt auch sofort raus. Wir werden also nicht sofort sterben. So, und dann will ich mal gucken, dass wir schnell da hochkommen. Am besten ungesehen. Hier hat schon jemand anders sein Zeltlager. Wir werden mal eben gucken, dass wir hier oben ein weiteres Zeltlager kriegen. Na, ein eigenes. So, das hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert hier. So, ohne ebenes Gelände. Kein Problem. Wir haben noch alle Rohstoffe da. Das heißt, lass uns mal schnell eins bauen hier. Ja, alle Rohstoffe einsetzen. Oh. Und der Respawn-Punkt ist aktiviert. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich wollte einmal da hinten gucken, bei den Ruinen, bevor ich jetzt hier wieder über die Brücke gehe. Ach so. Wolle ich mal eben schnell schauen, ob wir hier was finden, ohne gleich wieder getötet zu werden. Ähm, genau hier vorne. Wir werden jetzt bestimmt gleich auch irgendwo irgendwelches Viecher auftauchen. Ich habe auch schon irgendwo was gehört hier. Ähm, aber wo? Hm. Gut, nur hören ist nicht so schlimm. Aber hier haben wir zum Beispiel noch keine weiteren Bestandteile gefunden. So, dann wollen wir da oben nochmal eben schnell checken. So, da haben wir schon mal so einen kleinen. Wir rüsten uns schon mal kurz aus. Hier kommt er. So. So, nu ist Ruhe. Aber sonst hat uns hier keiner entdeckt. Das ist schon mal soweit ganz cool. Hier haben wir eine Pflanze, die wir nicht upgraden können. Ähm, ja. Jetzt haben wir hier soweit schon mal alles abgesucht. Wo genau sollen denn jetzt diese ganzen Bestandteile sein? Hier ist der Luchs. Den wollen wir uns mal eben schnappen. Schnabikowski hier. So, jetzt haben wir echt ein Problem hier. Einfach mal alles töten. So, der Luchs ist ziemlich schlau. Da ich jetzt den Luchs auch hier gekillt habe, will ich natürlich auch die Sachen mitnehmen. So, hä? Hat er uns schon entdeckt mit seinen Pfeil und Bogen? Nö, ne? Nö. Ähm, okay. Wir haben ein bisschen Fleisch. Wir müssen was essen. Wir verstecken uns kurz hier. Oh Mann, ey. Jetzt sind es wieder zwei hier. Was ist denn hier los, ey? Meine Güte. So, wir haben einen Rufaufstieg in Königsfels. Na, das ist doch mal cool. Dann wollen wir doch zuerst unseren Ruf hier mal verbessern. Das ist schon mal geil. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was essen hier. Und ja, wo finden wir jetzt diese restlichen Ruinen, äh, Bestandteile hier? Diese Bestandteile des Seelenwächter-Eibs. Soll ja in den Ruinen suchen, nicht wahr? Oh, ha. Jetzt geht der wieder ab. So, da brauchen wir die 1. Äh, Mist. Ey, jetzt kommt doch nicht hier der blöde Luchs auch noch. Das gibt's doch jetzt nicht. So. Oh. Wie gemein ist das hier, ey? Wie gemein ist das denn hier, bitte? Dass die hier alle so schnell respawnen. Wie scheiße ist denn das? Was? So. Stirb, stirb und stirb. Jetzt haben wir diesen blöden Bogenschießer schon weg und sterben hier trotzdem gleich, oder was? Oh Mann, ey. Ja, aber wo sollen wir denn hier jetzt weiter gucken? Wo gehört denn das hier noch so bei? So, jetzt lass mal ein bisschen was essen hier. Äh, ja. Ja, wir haben soweit alles durchgeguckt hier an Ruinen. Hm. Wir hatten zwei gefunden, wo was war. Das haben wir auch soweit erledigt. Äh, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatten wir hier reingeschaut und wir hatten hier geguckt. So, da ist dieser Blödmann mit seinem Pfeil und Bogen, oder? Nö. Oh. Der kommt gleich sowieso wieder. Ja, genau. Asama. So, hier haben wir nämlich auch nichts, ne? Hier ist nämlich auch nichts zu finden. Ne. Und ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht so recht weiter. Deswegen bin ich schon fast überlegt zu sagen, wir hatten hier ja schon alles, ne? Ach, Mist. Bin ich wieder drauf reingefallen hier, ne? Haha. Ist genauso blöd wie ich. So, hier, das hatten wir schon. So, und hier haben wir auch schon reingeguckt. Nehmen wir natürlich nochmal mit. Kiste der Ahnen. So. Ähm, da hinten ist die Brücke. Da haben wir auch nichts gefunden. Äh, ja, dann haben wir doch hier auf dieser Seite erstmal alle Ruinen intus. Ja, der ist jetzt respawned, natürlich. Geht jetzt erstmal eben schnell in Sicherheit. Hä, 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 hä. So, einmal kurz Sicherheit hier, einmal kurz auftanken und dann gucken, wo wir hier noch weitersuchen müssen, ne? Ja, 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 ihr mich auch. Ja, der geht mir voll auf den Sender. Ah, Junge. Geh mir nicht. So, und dann müssen wir mal gucken, wo wir hier noch weitersuchen müssen. Ich möchte mich einmal kurz hier oben ausruhen. Und dann muss ich ja mal gucken, ob wir hier was finden, ne? Aber das sind doch... Ah! Sonst hat mich doch keiner verfolgt hier. Mensch. Stirb doch. Hm. Da kommt noch einer. Ach, der ist fies, ey. Klein, aber blöd. So, jetzt muss ich mich aber doch mal ausruhen hier. Ist billiger als immer essen. Okay. Ach, Quatsch. Hier. So, jetzt lasst es mal orientieren. Die Ruinen hatten wir alle durch. Da könnten wir noch mal gucken. Obwohl ich meine, dass wir da auch schon geguckt haben. Aber sonst, ich weiß nicht, wo ich hier sonst gucken soll. Ehrlich nicht, hä? Keine Ahnung. Aber sonst würde ich erstmal hier die alten Steine suchen. In Lethums Hacke. Äh, in den... Bei den heulenden Fällen, ja. Weil so ist ja echt blöd hier. Oh, guck mal, hier gibt's Eisen. Schön. Bau das ab. Machen wir das mit. Bevor wir hier gleich verschwinden. Ich will da nochmal kurz gucken. Ziemlich sicher, dass wir da schon geguckt hatten. Aber sonst, bin ich gerade ehrlich, keine Ahnung. Wo ich da gucken kann, ne? Weiß ich halt gerade nicht. Hm. Dahinten die ganzen Ruinen haben wir jetzt auf jeden Fall durchgeguckt. So, da vorne ist noch so eine mit Treppe. Ich glaub, die hab ich noch nicht nachgeguckt. Gut, da will ich nochmal eben schauen. Ja, wir müssen auch bald mal wieder nach Hause. Oder gibt's hier unten runter... Ne, hier haben wir tatsächlich noch nicht geguckt. Gibt's denn da noch mehr Ruinen? Nö. Ja, hier wird bestimmt irgendwo einer von den Feinden sein. Aber hier ist auch nix, ne? Hm, das hätte jetzt ja ganz gut gepasst. So, hier. Da ist doch wer. Wer hier was gefunden? Nö, der hat auch nix gefunden. Ja. So. Dankeschön. Ach, da kommen ja noch mehr. Alter. Na. Gut, aber. Äh, wo ist denn hier bitteschön jetzt noch irgendwas? Ja, suchst du auch, ne? Ich weiß dann auch nicht hier. So, hier mal gerade durchgucken. So. Hm. Hm, 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 hm. Na, hier war ich schon überall. Ah, Mann, ey. Hier ist nix mehr. Nee. Hm. 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 Dann weiß ich's tatsächlich auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Hm. Ries. Ey, hier haben wir jetzt überall geguckt, ey. Ah, ha, 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 ha. Oh, ist wieder weggegangen. Wollte ich nochmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist? Hm. Ich weiß sonst tatsächlich gerade nicht, wo ich noch gucken soll hier. Ruinen. Hier sind aber keine Ruinen, ne? Hm, ich will mal kurz gucken, ob ich hier oben noch irgendwas finde. Äh, Mann. Da ist noch was. Wohne der Ahnen. Oh, hier sind gleich zwei. Jetzt sterbt aber mal beide hier. Uh, sehr cooles Bild, ey. Hier ist aber soweit auch nix, ne? Also, ich sehe hier gerade gar nix mehr. Ich sehe ein paar stromschnellen. Ich muss jetzt leider gestehen, ich finde hier gar nix. Hm. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich muss mal irgendwo anders lucken, damit ich diese Aufgabe erfüllt kriege. Aber so wirklich was wissen im Moment, nö. Ah, komm her. Ach so, jetzt geht es auf Rückzug, ne? Ja. Ah. Ne. Ich bin gerade echt überfragt hier. Tatsächlich. Total überfragt hier. Wo ich denn da noch gucken soll. Ach. Hm. Ruhe dich schön aus. So. Hier sind die Ruinen. So, jetzt kann ich noch mal gucken hier. Das gehört alles zusammen, ne? Anscheinend. Das heißt, hier kann man auch noch mal gucken. Hier habe ich geguckt. Hier habe ich geguckt. Da, da und da. Das Stück könnte ich noch gucken. Und wohl hier. Das Stück. Ja, da könnte ich noch mal gucken. Und doch hier auch noch mal gucken. Okay. Dann gucken wir da noch mal weiter. Verdammt. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen schwer. Oder ein bisschen doof erklärt hier, ne? Wo ich da hin muss. Was ich zu tun habe. Ja, ich soll irgendwelche Seelenwächter, äh, Bestandteile eines Eides suchen. Aber, aber wo genau, das sagt einem hier keiner, ne? So, da waren wir ja schon. Jetzt wollen wir mal hier unten lang. Was denn da oben? Oh, die kann ich wahrscheinlich... Hä? Hey, die kann ich wahrscheinlich noch gar nicht einsammeln, ne? Meistens, wenn es so leuchtet, kann ich es nicht sammeln, genau. Hä? Bergbau? Ach, das sind Kristalle. Juwele. Dafür bräuchte ich Bergbau. Ah, okay. So. Ah. Hier ist noch eine Menge los, ne? Ja. So. Ja. Oh Mann. Da kam ich runter. Gibt es hier denn irgendwas, außer so einem Verteidiger? Und einen scheiß Bogenschützen? Was haben wir denn hier noch? Ah, diese Skelettos sind aber auch fies, ne? Äh, das kann ich noch nicht einsammeln. So. Oh, hier warten gleich drei Stück. Wir gehen mal hier. So. Ah, jetzt haben sie mich alle, oder was? Ja, klar. Stirb. Stirb. Jetzt bin ich hier gleich mit vier. Oh, nein, 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 nein. Jetzt bin ich hier auch noch gefangen, ey. Verdammt. Oh, oh. Super Ecke hier. Super toll. Ich komme nicht mehr hier raus. Verdammt. Aber hier gab es irgendwas im Spielmenü. Befreien. So. Befreie mich doch mal hier. Was heißt denn befreien? Wo portet er mich denn jetzt hin? Ah, danke. So. Ah, ja. Oh, der ist auch noch so ein Geist, ey. Verdammte Scheiße. Hm. Bin ich hier richtig? Das ist die nächste große Frage. Äh. Jetzt bin ich schon wieder einem Ruckzuck. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, jetzt gibt es ordentlich Trachtfrügel hier. So. 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 Essen. 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 war erstmal ordentlich ohne hier schnell bevor die alle respawnen da respawn schon einer da ist der nächste der ist hart ich glaube hier gehen wir jetzt drauf hier ist aber keiner der mich wiederbeleben könnte hat da mich ok zeltlager ja schade hätte ja klappen können man also da ist auf jeden fall der nächste seelenstein beweis und dann müssen wir tatsächlich auch noch auf die andere seite darüber wahrscheinlich das was da unten stattfindet ok dann heißt vielleicht wenn wir schnell machen und uns gar nicht lange aufhalten lassen sondern gar nicht kämpfen sondern einfach nur eben die aufgabe hier jetzt lösen dass wir hier ganz schnell wieder rauskommen aber ich vermute dass dieser geist uns nicht so einfach in ruhe lassen wird irgendwie habe ich da so eine blöde befürchtung ich weiß gar nicht woher die kommt aber ja der war eigentlich sehr easy jetzt ich finde schon ja da kommen wir aber nicht dran vorbei für mal gucken was passiert wenn ich hier ein bisschen schneller renne einfach mal hier so durch und zu diesem schicksalsteil hierhin und kurz check escape und raus 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 hier laufen 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 ja ja laufen so haben wir suchen nach dem letzten teil ja guck mal schnell weg hier ist schon fies was ich hier tue jetzt kommt noch so ein bogenschießer ach misst ihr jetzt weich doch mal aus du pfeife bisher was kriegen wir hier ab aber er geht noch so schnell weg hier nein 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 ach ja tut nicht weh gut nicht weh alles ist gut so das letzte teil müssen wir noch suchen na gut wir haben ein teil gefunden dann kann das letzte teil ja nur an der einen stelle sein die ich gerade meinte da haben wir noch irgendwelche verfolger ja ich hoffe nicht bis zu unserem lagerfeuer jetzt sind wir einmal gestorben nur dafür hat sich gar nicht gelohnt okay das heißt wir müssen noch mal darüber und dann müssen wir wo gucken so wir gehen hier rüber wir haben hier alles abgesucht hier hinten am berg auch das heißt wir müssen von der brücke aus hier rüber und da gucken ob da was für uns noch dabei ist obwohl gehört das auch dazu ne das ist ja immer fall aber hm das könnte auch noch dazu gehören obwohl da war tot ort des letzten ablebens okay dann waren wir da dann muss das letzte teil irgendwo ja hier hier waren wir vor der brücke da hinten sind wir rum da haben wir geguckt da haben wir geguckt da haben wir eins gefunden da waren wir wir müssen tatsächlich jetzt mal hier rüber so über die brücke schätze ich und dann darüber ja jetzt finden wir das letzte teil auch noch und zwar relativ zügig ich will erst mal einmal gucken hier ne ohne dass ich kämpfe na toll aber das wollen die nicht so die wollen dass ich kämpfe auf jeden fall so ja ja jetzt kommt auch noch der mit seinem scheiß bogen hier so wo sollen wir hier denn noch gucken kann ja nur noch da unten irgendwo sein ja kann ja theoretisch nur da unten irgendwo da so da so sein weil da waren wir gerade da haben wir das letzte da das vorletzte teil geholt heißt irgendwo hier unten müssen wir gucken vielleicht vielleicht aber vertue ich mich auch warte mal sehe ich auf der map wo ich bin ich bin da hm scheiße ne wir sind hier falsch wir müssen quasi doch wieder zurück so ach dann nimm hier die honigbäume mit wenn der schon wieder nachgewachsen ist so alles klar nehmen wir mit und den auch ja noch klar honig kann man immer gebrauchen hier ne so und jetzt müssen wir hier irgendwie wieder hoch kommen so 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 ein bisschen glitschen und hoch springen das geht immer tollste konzentration hier da jetzt sind wir ja gleich oben ne so und dann sind hier diese ruinen ne das hier eisen silber oh das müssen wir jetzt definitiv mitnehmen hier ist nichts was uns angreift aber silber kann ich hier nicht einfach stehen lassen ne heißt es sind insgesamt drei teile wow 62 silbererz nicht schlecht wo wir sind aber auch gleich rappell voll müssen mal gucken dass wir ein bisschen was loswerden da mal gucken was wir hier alle an waffen haben die wir zerlegen können so ja jetzt sind wir auf jeden fall voll müssen mal gucken hier axt ja komm wir müssen platz schaffen ne so der ist noch mal besser als der den wir haben der gibt 12 stärke äh ne so das ist unser langschwert 258 205 äh das können wir zerlegen die musketen da würde ich mir gerne mal eine vernünftige besorgen schild brauchen wir hier die hose können wir auf jeden fall zerlegen der ledermantel äh ne ich möchte gerne konstitution und geschickt behalten das heißt den kann ich auch zerlegen so wir müssen mal gucken hier was können wir denn wohl loswerden stein stein verwerfen was so was haben wir jetzt wir haben noch ein bisschen platz jetzt ja so und zwar müssen wir jetzt mal kurz gucken hier wo wir hier jetzt noch nicht geguckt haben also m wir sind jetzt hier in dem bereich hier haben wir aber alles abgeguckt nur da hinten das muss irgendwo hier auf dem weg liegen oder da oben hm also hier haben wir geguckt ja hier könnte ich noch mal ein bisschen genauer gucken da unten haben wir geguckt da war nichts so das gehört nicht dazu hier oben haben wir alles geguckt also hier müssen wir noch mal genauer gucken da hinten noch mal genauer hier so und da hinter der brücke so dann gehen wir hier ziemlich am rand entlang in der hoffnung nicht gesehen zu werden so ja die können wir nicht so so gehen wir hier hoch gucken ob du verfolgt wirst nö da habe ich geguckt da war ja was drinnen ne so so und wir müssen da ne da hm 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 geschickt hier jetzt habe ich doch alles geguckt hier genau das haben wir geguckt da ganz am ende hier haben wir geguckt ja aber zweimal darum geguckt hier ist ganz am ende dann kommt da der weg hier müssen wir noch 23 hier sind wir doch schon genau in dem gebiet hier so hier habe ich hier war nichts er war gar nichts so da vorne wo ist denn dieses eine blöde teil jetzt hier echt hier ist nicht jetzt erst mal nur hier so rum gucken hier ist gar nichts ja ja hier ist gar nichts hier am ende der brücke können wir da noch mal gucken aber hier habe ich aber auch noch nicht so richtig geguckt oder also noch nicht doch hier haben wir auch geguckt hier ist nichts hier ist auch nichts ja sag mal dann gibt es doch jetzt nicht ja ihr lieben wir müssen das teil beim nächsten mal noch suchen das letzte ich glaube das mache jetzt auf screen weil ich kann ja nicht 30 folgen mit euch hier verbringt und bei so ein ding zu suchen ehrlich ja und wenn wir jetzt nicht gleich mal aufhören dann kommen wir auch nicht vorwärts hier das bringt alle nix ich glaube es kann nur noch da ihr unten irgendwo sein in dem ersten teil wir gehen so lange hier ans zeltlager und dann gucke ich mal dadurch dass auf screen alle hinkriege ja und ich hoffe euch hat die runde hier trotzdem gefallen einiges gesehen hier die man hier vorgeht vor allem beim nächsten mal sehen wir uns bei entdecker gesucht also bei der 2 also hier so und dann geben wir auch alle quest wieder ab und holen uns neue ja wenn euch die runde gefallen hat dann lasst mir daumen da wenn euch interessiert wie es auf meinem kanal weitergeht dann abonniert ihn euch gerne schaut euch auch gerne alle anderen videos an würde mich sehr freuen ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin und ciao